Der hat ein Rad, gell Marc? Ja. Kurzen Abstech an dem Dreck. Nein! Ich glaube, du holst dich auf den Mofa runter. Was, der Marc will auf den Mofa einen runter holen. Ich habe den Arm vorstetiges runter holen. Bewegliche Ziele. Bewegliche Ziele. Ich könnte auf den Mofa einen auf den Film, gell? Ja. Doch, jetzt habe ich dich in der Hand, Marc. Der Marc will einen Mofa auf den Mofa einen runter holen. Mit der Armbrust. Training. Veröffentliche ich das immer, dann hol sie mich. Oder? Jetzt schiesst du nachher wirklich einen auf den? Ja, dann kann ich so umgehen. Ja. Das schiebst du ohne Ton. Nein. Extra laut mache ich den Ton. Echt interessant, dass du ja nicht direkt in den Rückwärtsgang gehst. Kannst du umstellen. Aber ich finde das ganz gut so. Ja, früher gab es ja immer so einen Schneuren hatte da. Bis direkt in den Rückwärts. Reichtes Opfer für mich. Ja, drüber! Das sind ja die Crash Cars. Auf das kannst du ruhig drauf heizen. Ich schau auch ein Stand. Also, von den Punkten. Wenn ich das jetzt besser mache. Aber wenn ich das jetzt so...